Ich möchte hier... LOL, kann ich nicht mehr hier rüberspringen? Was ist das denn? Kann ich hier? LOL, wie ich hier wieder runter muss und nicht mal hier runter springen kann. Wie auch immer, Dude. Ist er da irgendwo? Nein. Oh Mann. Scheiß Irakkrieg. Kauna! Zack, das war's mit dir. Was für ein Stress. Squadführer retten, okay. Oh, ich sollte mich vielleicht beilen. Oh. Sieht halt aus wie Saddam Hussein, ey. Zack. Noch jemand. Und... What the fuck? Von wo? Ja, geil! Oh. 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 Wie soll es nicht... Gah, ja. Okay. Ich habe mich verletzt, ihr Kavii-Bücher. Sieht nano. Sieht auszusehen, ja. Sieht auszusehen. Ich versuchse. Ich will darüber ins Meise. Ich versuchte. Ich versuchte die Schmerze an die Schmerzen. Sieh, Herr der Er línea. Ich versuchte. Sieh, du hast das Abrauch 받det. Ich versuchte. Ich versuchte. GESICHT Ich krieg gleich wieder ne Granate an die Fresse weh Was alle von euch will ich für euch hoffen ey Gibt's Ärger sonst Gott verdammt Oh man oh man oh man mhm Ja das war's Du bist frei Ich bin der Erretter Loll ich hab Weg gespielt und nicht Sam Krass Wir sind bei Wir sind bei Innendeckung Wieso spiel ich jetzt nicht Sam So schwul Zack Ja komm das passt wenn ich da wohl noch treffen Nice Zack die hat sich explodiert Okay der Typ war ziemlich tot Jawoll Ich weiß nicht wie viele Leute sind Okay die blauen Fresse explodieren nicht so cool Alter Schillt mal Baaam Wieder eine weggefetzt ist Tsk Super ... Rass ... ... ... ... ... Oha! Das nenne ich Krieg! Gute, dass sie nicht deren Gebäude erwischt haben. Tch! Was für ein krasser Scheiß! Hast du gehört, Sam? Die holen uns hier raus! Danke, dass du zurückgekommen bist. Ich lasse doch meine Familie nicht im Stich, Sam. So was tut man nicht. Oha! Das tut man nicht. Diese Sache veränderte Sam. Es war eine Veränderung, die langsam über Jahre stattfand. Jahre, in denen ihm bewusst wurde, worin die Veränderung bestand. Wegen der Sache mit Grimm brauchte Sam schnellstmöglich Informationen über EMPs und Black Arrow. Sam kam nie wegen Kleinigkeiten. Es war also eine große Sache. Oh, ja. Blieb nur die Frage, wo man sich trifft. Wir wählten die National Mall. Öffentlicher Platz, viele Menschen, offene Zugänge. Macht es den Aufklärern schwer. Ich konnte ihnen ausweichen und Sam, sie suchen. Was er auch tat. Was er auch tat. Ja. Sieht nicht wie eine Maul aus. Das sieht eher wie eine Fähr aus. Aber okay. Mit der war Partymucke. Ich werde beschattet. Black Arrow will unsere kleine Party stören. Ist kein Geheimnis, dass wir uns kennen. Sie versuchen über dich nur an mich ranzukommen. Jetzt bin ich beleidigt. Du musst sie ohne großes Aufsehen ausschalten, damit sie reden können. Hm. Ganz was Neues. Ich mein' auf, Sam. Wenn diese Zeugen oder die Leute dich sehen, blase ich das Treffen ab. Wasch schon. Schalten Sie in dunklen Bereichen mit dem Shutter aus. Bleiben Sie. Roll, ich will da rein. Nein, 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 nein. Roller an Männer. Kostet nicht das Ziel. Nur der Köder. Ihr wartet, bis er uns zu Fischer geführt hat. Dann macht ihr Meldungen und ich schicke die Verstärkung schneller rein, als ihr gucken könnt. Verstanden? Gut. Wie soll ich die Leute denn hier ausschalten? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Weiß nicht. Sieht irgendwie gefährlich aus. Die letzte Chance für den Aufgewinn, Jungs. 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 Ihr macht gleich alles zu. Lass mich nochmal. Wir leiden. Man, du hast... Es bricht Panik aus. Ihr müsst weg. Das Treffen ist geplattet. Habe ich das jetzt verkackt? Im Dunkeln. Ja, klar. Wo denn auf so'n scheiß Jahrmarkt? Gott. Gottverdammt. Das ist wieder Hard Fail. Hey, Sam. Ich werde beschattet. Black Arrow will unsere kleine Party stören. Ist kein Geheimnis, dass wir uns kennen. Sie versuchen über dich nur an mich ranzukommen. Jetzt bin ich beleidigt. Du musst sie ohne großes Aufsehen ausschalten, damit sie reden können. Ganz was Neues. Ich mein's ernst, Sam. Wenn diese Tüten oder die Leute dich sehen, blase ich das Treffen ab. Mach schon. Beeilung, meine Herrschaften! Das ist Ihre letzte Chance! Da, da, da. Schenk, Sam, Sie, Sie, Sie! Und unsere Schleck dran, Männer! Kommt das linker Stil! Nur der Köder! Ihr wartet, bis er uns zu Fischer geführt hat! Dann macht Ihr Meldung und ich schicke die Verstärkung schneller rein, als Ihr gucken könnt! Verstanden? Gut. Warum verfügst du mich? Genau, warum. Ich... Hab... Hab ich gar nicht gemacht? Ehrlich? Ja, ja. Au! Oh! Komm, der nächste ist auch gerade in der Dunkelheit. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Ja, suchst du mich! Sie sind Fischer! Oh, ja! Du hast mir nichts! Ich weiß nicht! Ich schwör's! Ja, ja! Erzähl keinen! Du bist jetzt verhört! Zack! Ich hab's dieselbe Handlung wie die andere eben! Ihr seid doch alle gleich! Ich hab's gelesen! Ich hab's gelesen! Ich hab's gelesen! Oh, Mist! Fischer! Ich sollte Verstärkung rufen, wenn ich sie sehe! Die warten!